Willkommen zurück am Winterkongress. Mein Name ist Elli. Ich begrüsse euch herzlich im Namen des OKS vom Winterkongress. Nach dem Einstieg gestern Abend geht es heute mit einem umfangreichen Programm weiter. Für diejenigen, die gestern schon dabei waren, versuche ich mich kurz zu halten. Ich möchte aber gerne die, die neu dazu zugestossen sind, auch über das Wichtigste informieren. Das Wichtigste zuerst, der primäre Zugang für den Winterkongress ist der per E-Mail versandte Link. Über diesen sind sämtliche weiterführende Links zu den Streams, dem Chat, den Workshops, den Self-Organized Sessions und der Winterkongresswelt erreichbar. Über die öffentlich zugängliche Webseite sind nur die Streams erreichbar. Gestern hat es leider da und dort etwas geruckelt. Heute möchten wir es besser machen. Das Tonsignal vor Ort war durchwegs gut. So können wir wenigstens die Aufzeichnungen in guter Qualität später zur Verfügung stellen. Auch das Durchwandern der Welt hat einigen Mühe bereitet. Darum möchte ich kurz noch ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Beim Einstieg muss zuerst ein Name eingegeben werden für seinen Avatar. Da kann man eigentlich in der Regel direkt einfach los tippen und einen Namen setzen. Bei einigen Browsern muss man zusätzlich noch Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlauben. Diese Meldungen gehen meist in einem neuen Fenster auf. Hier kann es sein, dass man mit der Maus dann wieder auf das Hauptfenster zurückklicken muss. Als nächstes kann man sich einen Avatar auswählen oder einen Avatar selber zusammenstellen. Name und Avatar können später noch geändert werden. Links oben hat es ein entsprechendes Menü, wenn man denn mal auf der Welt war. Fortbewegen kann man sich mit den Pfeiltasten der Tastatur. Es ist also nicht möglich, sich mit der Maus fortzubewegen. Die weiteren Welten findet man, wenn man dem schwarzen Pfad folgt. Einfach mal in alle Richtungen gehen, dann findet man das Dorf, die Kapselpunkt-Space, die Self-Organized-Sessions und auch die Vorträge. Viel Vergnügen beim Herumwandeln und Entdecken. Heute gibt es neben den beiden Streams in der Lounge und im Glassroom noch den Workshop-Raum Cyber. Die Liste mit den Links in die entsprechenden BigBlue-Button-Räume findet ihr auf der Winterkongress-Webseite. Mit wenigen Ausnahmen ist die Videofunktion für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgeschaltet, damit genug Platz für die Referenten und ihre Folien bleiben. Der Zugang zu den BigBlue-Button-Räumen wird erst kurz vor Beginn des Talks freigeschaltet. Noch ein Hinweis. Der Workshop «Wie willst du Demokratie digitalisieren?» hat eine Personenbeschränkung. Wer hier mitdenken, diskutieren und Szenarien mitentwickeln will, sollte also pünktlich vor dem Raum bereitstehen. Auch heute, in Erinnerung rufen, möchte ich euch noch die Grundsätze im Umgang miteinander. Wer Screenshots von Personen in der Welt erstellt und diese über Social Media teilen möchte, muss auch hier das Einverständnis der abgebildeten Personen einholen. Die digitale Gesellschaft stellt sich gegen jegliche Form von Diskriminierung. Wir dulden keine Form von Sexismus, Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit, weder in der realen noch in der virtuellen Welt. Sollten Menschen am Winterkongress Diskriminierung erfahren, bitten wir euch, das uns mitzuteilen, zum Beispiel über den Infodesk. Be excellent to each other. Auch heute ist der Infodesk in der Winterkongresswelt für Fragen, Auskünfte und Anregungen geöffnet. Der Infodesk ist übrigens auch über einen direkten Link über die Winterkongress-Webseite erreichbar. Und nicht nur über die Welt. Die Winterkongresswelt besteht während des ganzen Tages. Aktuell stehen drei Self-Organized Sessions auf dem Programm. Ein Workshop zum selber CO2-Ampel zusammenbauen beginnt um 12 Uhr. Ein Gespräch zur Abstimmung über das Polizeigesetz vom 13. Juni beginnt um 13 Uhr. Und schliesslich um 19 Uhr ein Workshop, wie man mit PEP ganz einfach seine E-Mails verschlüssen kann. Es hat noch Platz. Wer sein Wissen teilen möchte, darf sich gerne im hinterlegten und editierbaren Pad einen Zeitslot schnappen. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite. Im Dorf präsentieren wir unsere Partnerinnen Rote Fabrik, Sharon Repair Zürich, Ticket Park, Switch, Watts und Strict. Alle haben zum Gelingen dieses Kongresses beigetragen. Was genau erfahrt ihr, wenn ihr in die Hauseingänge der Häuser von unseren Partnerinnen im Dorf hineintretet? Wer eine musikalische Pause braucht, kann sich in der Welt von Kapselpunkt Space die Aufzeichnungen der Streams des vergangenen Jahres von Kapselpunkt Space anschauen. Am Abend werden wir hier den Winterkongress mit Livemusik ausklingen lassen. Heute mit einem Set von Playmobil und Ian Ikan Hugh. Doch bis dahin stehen noch einige spannende Vorträge auf dem Programm. Wir bieten ein breit gefächertes Themenspektrum von der Rüstungsindustrie über Grundrechte und Datenschutz hin zu Gesundheitswesen, Bildung und digitale Nachhaltigkeit. Noch ein Hinweis zum Zeitplan. Die Talks von Erik Alpers über von freier Software zu nachhaltiger Software und wieder zurück hat seinen Sendeplatz getauscht mit Antonia Steger und Lars Kaiser, die über neue Online-Partizipationsplattformen und Zivilgesellschaft wie weiter sprechen. Das Programm auf der Webseite wurde entsprechend aktualisiert. Neu dazu gekommen ist der Vortrag von Lea Strom und Thomas Hug. Sie sprechen über Datengenossenschaften. Die Streams und die Workshops werden aufgezeichnet und stehen im Verlauf der kommenden Tage über media.ccc.de zur Verfügung und dürfen auch gerne weiterempfohlen werden. Die Self-Organized Sessions werden nicht aufgezeichnet. Wer dabei sein möchte, sollte also auch hier seine Priorität setzen. Den Auftakt macht heute Anna Bisselli mit der Keynote «Alles Terror und Rechtfertigungen und Nebenwirkungen». Nach einer kleinen Umbaupause geht es hier um 11.15 Uhr mit Anna Bisselli weiter. Ich wünsche einen spannenden zweiten Kongresstag.